Hier wird fleißig geforscht. Geld sollte jetzt hoffentlich dann langsam rein kommen. So, ein besseres Guardhaus heißt bessere Wache. Insofern die stirbt oder abgenüßt wird. So, Marktplatz. Sovereign, a building has been upgraded. I'm out of here. Aber es ist jetzt halber ein Guardhaus, was den Marktplatz beschützt. Und Trading Post. Hier so die Ecke. So, ich setze jetzt einfach mal ein Standardkopfgeld auf Proponen aus und guck mal, was dabei rauskommt. Your Majesty, a new building is complete. An ill wind blows near. Let Lunariatus. Majesty, the local blacksmith offers new services. So, Arrows hier. Your Majesty, a new building is complete. Healing Potions hier. Your Highness, we've improved the Guardhouse. Dann graden wir das Guardhouse auch gleich mal auf. Oh, wir haben uns noch mit. Majesty, your trading post now offers healing potions. Building, du bist zu spät zum bilden. Hast du wenigstens healing potions? Ja, hast du gut. Tax collector. Sovereign, a new building has been upgraded. Dann machen wir eine Marktkette. Majesty, the local blacksmith offers new services. Helft mal da oben ein bisschen mit. Da kommen die Tauren. Die Tauren. Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. There comes trouble. Tax collector. Tax collector. Let a car. Tax collector. Oh, dear Majesty. So. Ähm... Ah, Milotaurus, jetzt setze ich mal eine große Belohnung auf dir und guck mal, was dabei rumfommt. So. So, hier Starttool, ist nicht schlecht. Hier, den Call of Champions. Ja, du hast zugelegt. Bis jetzt läuft zum Glück alles noch recht gut. Jetzt kann ich auch mal einen World Garden bauen. Und wenn ich schon dabei bin, mein zweiter Marktplatz. Ansonsten. Halt! Luhn! 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 Okay, da kommt jetzt ein dicker Angriff. Das finde ich gerade sehr lächerlich. Sovereign. Sovereign. Das war mein Marktplatz. Neuer Käfer. Sovereign. Bauen wir nach der Stelle gleich wieder auf. Und sichern hier auch noch mit einem Gathaus ab. Ah, was ist da oben gewesen? Scheinbar hat wenigstens meine Gildenhalle überlebt. Aber da kommt schon wieder ein Minotaurus. Aber wenigstens habe ich loyale Wachen, die sich um sowas kümmern. Oh, woher Biest. Oh, ganz schön viele übrigens. In the name of the Sovereign. An unwelcome Gath. In the name of the Sovereign. Wenn die Warbys abgewehrt sind. Sovereign. 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 Dein Marktplatz. Jetzt serve you better. Also ungefähr jetzt. Oh my. Oh. 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 Wir haben sogar ein Gazibbo und eine Fountain gekriegt, sehr gut. Ich könnte den auch nur in den Garden bauen. Soll ich mich wissen, was dagegen spricht, mache ich das mal. Sovereign, a building has been upgraded. What gold, your majesty? A foul beast approaches. Gold, your majesty? Nee, Gartäuser werden langsam etwas zu teuer. Aber solange immer nur vereinzelt solche Shadowbeasts kommen, ist es ja egal. Ist das denn ernst? Sovereign, your marketplace now serves you better. Das ist jetzt ein übler Angriff. Wir werden gleich meinen... Ja, der kommt da nicht mehr raus. Fuck. Ich hätte vorher speichern sollen. Scheiße. Das war mit der Shadow Beast, weil mein Kultist die Shadow Beast eingesackt hat. Und Tote ist harmlos. Was hat echt Blödes, was ich nicht bauen kann? Wie ist der Grapefjord? More gold, your majesty. Hold your majesty. Hold your majesty. Ja, ich muss jetzt Explorer Flex ausstellen. In der Hoffnung, dass Helden sich angesprochen fühlen, was sie auch tun. Mehr gold, your majesty. Tax collector. Für euch. Ja, ich bin's. Kann ich mir. Ja, ich bin's. Kann ich mir. Ich bin's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020